hallo und herzlich willkommen bei wet dog gamble ich bin heute wieder auf die nach ein ticket und heute habe ich das spiel mit of magic 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 error of chaos ich werde das spiel jetzt mal starten allerdings komme ich nie weiter wie dieses bild ich weiß nicht warum da steht ist danach schon ob mein genug platz auf mein handy ist ich habe extra alles runter geschmissen was ich hatte und ja es geht nicht ich werde jetzt hier in dem bildschirm zehn minuten warten und dann habe ich auch das ticket gewonnen weil ich bin ja in das spiel drin deswegen weil ich jetzt den kleinen cut und wir sehen uns gleich noch mal dann wird es ein ganz kurzes video bis deine so leute so leute ich habe jetzt schon ein bisschen länger gewartet irgendwie ging das nicht aber jetzt habe ich endlich den gefährten bekommen also mein ticket bekommen und kann endlich mein ticket abschließen ich löse mein ticket ein und sage dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten heute dabei seid bis dann wünsche ich viel spaß und auf wiedersehen tschau tschau